Die Wolke, die singen. Das ist super. Das ist schön. Es scheint sehr heiß zu sein hier in Osnabrück. Ich kriege hier schon wieder die... Das ist ja von dir, Sam. Jetzt wird sie jetzt aus gleich mein T-Shirt drauf. Ich trage es doch. Anziehen! Ich glaube, du sollst es noch mit dem Ramm drauf halten. Du sollst das nur beschreiben. Wir verstehen das hier gar nicht. Was soll das? Anziehen? Ja! Sieht man meine Nippel so toll oder warum? Was ist denn hier los gerade? Macht man das überhaupt? Wir wollen gerade ein schönes Lied singen. Da wäre eine gewisse schöne Optik vom Vorteil. Du machst alles kaputt! Ein T-Shirt! Wenn du Freunde wären würdest du das Scheiße überhaupt nicht machen! Ein T-Shirt! Ja, guck mal. Weißt du dir vielleicht entweder beim Klaas oder hier bei Till? Weil... Till lässt seine gerade trocknen. Neues Lied. Okay. Also... Falls ihr genauso wie wir die letzten 60 Sekunden aus eurem Kopf gestrichen habt... Ich bin immer noch verwirrt. Schwer verwirrt. Wir wollten zusammen ein Beat for Henry singen. Oh, das geht schon! Oh, woman, don't we don't treat you so meaner. You meaner woman I've ever seen, yeah. I get it to see you say, so... I am my fucking single. That's right! Das ist echt eine begeisterung eines Reganers. Möchtest du noch ein anderes Lied hören? Sollen wir ein anderes Lied mit Osnabrück einstimmen? Genau. Gibt es so ein typisches Osnabrücker Lied, Osnabrücker Lattlied, dass man so einen Heo-Spannenwagen an oder so hat? Ich meine, es ist so lange zu singen. Ach wirklich? Ja. Also wir singen vor, wir singen nach, weil wir müssen die Chance ja auch kennen. Ihr kennt nur Heo-Spannenwagen an und dann hört es bei uns auch auf, wenn der trägt sich ein, oder? Ich sag mal ja. Irgendwer zieht glücklich über das Land danach, glaube ich. Einfach mit Herz, Entruhung und den Wagen und sowas. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020